wir werden heute mal wieder eine runde zombie weltraum shooter spielen genau hier haben wir alles aufgewertet von unserer waffe munition ist voll zehn munition kaufen 50 munition so hier wegen einer das hat natürlich blöd dass wir eine komplett auffüllen können weil wir immer nur 50 schuss kaufen können also dann gehen wir meine nächste munition über mehr können wir nicht machen wir haben in der letzten folge auch unseren anzug verbessert einmal beim laufen und einmal also das laufen hatte mit dem tragen und einmal mit der gesundheit glaube ich sie sind jetzt im antriebskern das schiff kann doch die terminal im antriebskernlabor gestoppt werden sie müssen irgendwo herum sein aktiviere das sicherheitsterminal so was haben wir denn hier alles schönes dann erstmal nur auf den einschießen mal schauen was dann alles zu uns her kommt er muss weg weg macht doch haben wir glück gehabt der mit der granate ist weg schaut auf jeden fall so aus unser doktor oder wer das auch immer hier ist alle zerlegt so müssten alle gewesen sein weil sonst glaube ich würden ja noch zombies hier hinkommen ja ok rennen tun wir jetzt erstmal nicht weil sonst hat da ist so ein kleben fünf stück weil sonst ist nämlich unsere energie immer gleich aufgebraucht vom rennen hier solange wir jetzt nicht davon rennen müssen werden wir jetzt auch ganz normal nur gehen mal schnell schauen da haben wir noch einen schrank da haben wir nichts weiter munition wo voll ist ja das war es eigentlich können wir hier mit dem aufzug nach oben der ist schon da geht es wieder nach unten aber nach unten ist immer so düster wenn wir immer kleinen kopf erwischen dann passt ja eigentlich nein fahr hoch oder hat man glück der hat seine granate falsch geschmissen das war jetzt wirklich knapp wenn wir hier runter fahren klein schussposition mal schauen wo dieser krabbelding der ist weg der ist schon hier hey lad nach wir müssen ja nicht unbedingt hier durch das visier durchschauen wir können ja so ausschießen es hört sich so an als ob hier noch irgendwo einer kommt da ist ein kopf drin den wollen wir natürlich nicht wo ist ein zombie ich habe da gerade irgendwas gehört da ist einer mit der granate dabei ne schaut nicht so aus die sind recht langsam da brauchen wir gar nicht davon laufen müssten alle gewesen sein so munition mal schauen da ist nichts für uns ein gold das war eine granate wir können unseren anzug verbessern perfekt also automatische heilung haben wir ja auch in der letzten folge noch gekauft von daher brauchen wir jetzt unsere halsstation erst mal nicht mehr steige deine wirkzeit schwerpunkt nachladen jetzt machen wir mal das da sie ist das da müsste aufpassen dass man bei in der letzten folge schon passiert hier bin ich ja auf fortsetzen verbessern ist hier drüben so boah ein tablet habe ich hier überhaupt noch keins liegen sehen da ist ein schrank munition und geld zwar und einmal granaten oh shit granaten sind voll munition kommen wir schnell mit dem aufzug hier nach oben aktiviert das sicherheitsterminal von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen vor dem aufzug oder also das auch noch geld ja hier müssen wir hin da sind wir gleich so viel zombies hier auf einmal kommen dann muss man schnell eine granate schmeißen da ist nämlich einer mit einer granate schaut hin der ist da boah ja wir gehen auf jeden fall jetzt nochmal zurück und holen uns von hier hinten die granate warum sollen wir die liegen lassen müssen wir nur mal schnell schauen wo das jetzt war ich glaube hier oder ja da haben wir sie ja können wir die munition auch gleich nochmal mitnehmen zombies müssten hier sein da ist so ein dicker spucker das bleibt an euch überlassen vom gold jetzt her ob ihr dieses automatische heilsystem machen wollt oder ob ihr auf eine waffe sparen wollt da hinten ist einer schaut jetzt eigentlich nicht so aus ob das jetzt viele zombies wären ich glaube mal schnell mal hier schauen da haben wir so einen kleinen wieder ja da kommen mehr oh 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 nein ah die tür geht noch auf so was haben wir jetzt eigentlich von dem hier aufgenommen so eine karte oder was mal schnell schauen dass wir nichts vergessen haben hier nee geld oh ja der ist recht viel schneller jetzt so hier haben wir wirklich alles so emblem habe ich eigentlich auch schon lange keins mehr gesehen so das ist aktiviert wieso aber der pfeil immer hier steht wo müssen wir jetzt wieder hin aktiviert das control terminal sind auf jeden fall keine zombies mehr hier wo ist das terminal die pfeil zeigen euch zwar schon immer eine richtung wo ihr hingehen könnt also besser gesagt wo ihr hingehen soll oh komm her püppi aber so weit sind wir doch eigentlich gar nicht hingelaufen oder oder kommt mir das jetzt nur so vor alter verweiter sind es viele müssen wir erstmal nachladen und wir haben sie alle naja die waffe den unterschied merkt man schon richtig hier mit dem upgrade na ist hier noch einer nö wir wissen ja aber auch nicht was ja noch alles an gegnern noch dazukommt ob wir dann wirklich noch bessere waffen brauchen oder ob wir mit der waffe hier durchspielen während des spiel schlecht ist ja auf jeden fall net so munition ist voll da haben wir doch mal ein tablet von 10 1 von 10 naja ich glaube da werden wir aber kein anderer mehr finden jetzt hier unseren anzug verbessern was war jetzt eigentlich an der hand anpassungsfähigkeiten steige deine chance mehr gegner zu treffen steigt ja dann werden wir halt was war körper regeneration erholung dann haben wir hier das mit dem laufen komm wir nehmen das jetzt einfach mal mit der hand dazu dass wir für jeden upgrade mal eins haben da haben wir wieder ein emblem so mehr war es hier nicht dann können wir hier mal verwende was verwende den dienstaufzug super verlassen sie den bereich sofort strahlungsgefahr schnell hier raus naja seht ihr mal schon energie aufgebraucht die frage ist nur wir sind im strahlen bereich das seht ihr ja hier oben ob äh unsere automatische regeneration was wir hier haben die stoppt ja das eigentlich weil die uns ja immer wieder halt also wenn ihr das jetzt zum beispiel nicht habt dann würde jetzt eure gesundheit immer weiter nach unten gehen mal munition nehmen wir gleich mit dienstaufzug ja das ist der hier so jetzt ist er nämlich aktiviert achso jetzt geht's schon wieder nach unten schmeißen wir kleine granate hier hin obwohl so viele sind es ja gar nicht machen wir mal einen hier scheiß drauf ah so ein spucker ist auch schwierig boah nein lass mich nach oben nachgeladen haben wir na das sind schon viele dann auf einmal immer boah vor allem die warten klar alle hier lass mich raus das ist einiges an leuten die hier spucken schau mal an wie viel dicke das hier sind dann haben die ganzen krabbler hier noch oh und da ist der mit der granate vergiss nein der mit der granate war noch hier schauen wir hin 6000 kostet das gleich müssen wir aber machen weil ich habe jetzt keinen bock hier nochmal alles zu machen weil jetzt waren wir nämlich schon weit so jetzt müssen wir mal aufpassen wir müssen da runter ich hoffe mal dass den mit der granate dass den jetzt auch gleich zerlegt hat der war ja eigentlich sehr weit neben uns schaut so aus ich sehe jetzt hier eigentlich keinen rumstehen lachen würde ich wenn wir jetzt noch kurz vorm ende waren weil dann würden wir ihn ausspeisen 6000 credit jetzt machen wir einfach mal körper nochmal dazu jetzt kommen wir wirklich jetzt haben wir aber trotzdem schon einiges am spiel gespielt ja wieso jetzt dieser talanzug upgrade erst zu spät im spiel kommt also hier haben wir nix mehr wegen emblem könnte man mal mitschauen ne haben wir auch keins hä wieso ist jetzt hier gesperrt ja shit da mussten wir hier gar nicht hin oder verwende den dienstaufzug kann der natürlich auch sein hier geht es nämlich nach oben wo ist dieser dienstaufzug ich sehe aber jetzt auch nicht wirklich noch irgendwo am pfeil wo wir hin müssen ja das ist der weg wo wir eigentlich gekommen sind dann sind wir hier reingekommen also da ist noch eine tür ne das ist auch so lang ein korridor ist natürlich die frage von wo sind wir jetzt vorhin gekommen da habe ich jetzt überhaupt nicht aufpasst dass er jetzt hier die tür gesperrt ist verstehe ich nicht was ist das da okay nix interessantes für uns ah moment vielleicht hier hin genau ähm das da das da und das da haben wir auch und dann haben wir hier drüben noch eins achso dann können wir natürlich lang suchen offen bin ich gespannt was jetzt alles und achso jetzt habe ich schon gedacht den laser strahlen wo wir durch müssen naja ist schon nicht schlecht gemacht hier verlass den antriebskern die erde ist jetzt sicher weiter zur dekontan was wir haben es antriebskern getötete monster 104 hier 54 prozent ist nicht viel aber wir haben dafür das ganze geld wieder gefunden dann müsst ihr halt 6000 wegrechnen wegen unserem tod schauen wir mal schnell hier rein munition ist voll vier granaten erreicht auch jetzt machen wir mal upgrades 21.000 shit können wir nur eins machen nachladezeit minus 0,9 ich würde trotzdem sagen wir machen nachladezeit und dann müssen wir halt mal den schaden dann machen in der wenn wir die nächsten credits haben oder doch magazin genauigkeit passt da kann man eigentlich überhaupt nicht meckern aber schaden ist eigentlich auch gut magazin ja ich glaube wir werden magazin nehmen in der nächsten folge müssen wir uns noch ein paar credits erspielen so leute das war es für heute wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder euch nur einen schönen tag macht es gut tschüss tschüss das war denn